Was ist das denn? Jetzt hat er mich auch! Hilfe! Oh nein! Keine Fragen mehr jetzt. Ich hab wohl mein Leben verloren! Wuuuuh! Huch! Ist irgendein Russe der böse dann? Warten kann ich dich unbeschadet aus 4 Meter Höhe runterspielen? Unfair. Das waren 2,30 Meter circa. Ist eigentlich der Medic? Hallo? Nope. Nee, wir sind alle Assault. Ist doch die beste Klasse. Und irgendein Russe ist der böse, ist doch auch gut. Oh, hat dich dir geholfen? Haha! Gabosbrenner, du bist schade. Ich bin Luich. Luich, okay. Bye. Ich bin alleine, nicht gut. Oh! Wie wir alle zusammenbleiben, was will der machen? Was will der Kinder machen? Sieh, sieh, sieh! Oh! Oh! Hilf ihm! Hilf ihm! Der hat halt keine Chance! Oh, voll die Fresse! Der hat halt keine Chance! Tötet ihn! Nein! Er hat mich, aber ihr könnt ihn holen. Ja. Ich hab dich! Oh! Er ist tot. Was will der tun? Was will der tun? Nee, nee, nee. Ich hoffe, er nimmt den dicken, weil der ist absolut sinnlos. Ah! Oh Gott! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ist der im Keller? Oh Gott! Der kann einen Sturm! Der kann einen Sturm! Wie denn? Ne, der hat geschrien, aber der ist gar nicht schneller! Der hat nur geschrien! Nein! Oh! Was macht der denn? Nein! Oh mein... Ne, ich hau ab! Ich hau ab! Das ist mir zu krass! Ich bin gestorben! Boah! Was? Gepackt! Selbst einfach am Fuß und stört ihn rum! Heftiger Typ! Was ist das denn? Jetzt hat er mich auch! Hilfe! Oh nein! Oh mein Gott! Autsch! Hilf mir doch! Heftiger Typ! Ich kämpf bis zum Tod! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, Dishy! Was ist das für ein Monster? Also... Ich mochte Sef als Killer mehr! Ja! Der war einfacher! Nein! Nein! Ich will nicht! Nein! Der hat Sef am Bein gepackt und durch die Luft geschleudert! Ich weiß aber nicht, wie man das mit dem Sturm macht! Das stand halt nicht da! Der hat nur geschrien! Er war nicht schneller! Komischerweise! Er hat geschrien! Er hat geschrien! Er war nicht schneller! Maxi, bist du Medic? Maxi? Nein! Oh shit! Irgendwer kann mich retten! By the way! Waiting for rescue! Ja, wir kommen gleich! Hallo! Hallo! Ich öffne die Tür jetzt! Nein, nein, nein! Ah! 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 Was? Was? Oh oh! Ich wurde weggesaugt! Ich hab mich umgedreht und auf einmal bitte da weggesaugt! Sef war als Kinder dankbarer! Oh mein Gott! Sef! Sef! Ich komme! Ich komme! Ah, hier geht's hoch! Oh fuck! So, nur noch ich und Sef! Sef, das wird jetzt knapp! Wir müssen uns zusammenfinden! Wir müssen uns zusammenfinden! Ich sehe ihn! Er kommt zu dir! Er kommt zu dir! Er kommt zu dir! Ja, ich stecke ihn auf Farle! Er ist beide, ne? Oh, ich kann Maxi-Files helfen! Dass wir in der letzten Runde alles für uns gemacht haben, damit wir gewonnen haben! Hey Maxi! Ich hole dich raus! Nein! Bitte nicht! Behind you! Behind you! Ah! Bin ich frei? Nein! Oh, Bador, ey! Das war aber auch nicht! Bador! Ich dachte, was macht er denn? Er verspottet mich, ne? Und... Er guckt mich an! Und dann packt er mich einfach! Ey, das war ganz knapp! Das war ganz knapp mit der Tür! Also der Killer ist doch nicht chancenlos! Der Killer ist doch nicht chancenlos! Nein! Nur Sef ist chancenlos! Junge! Das war doch einmal rastet der Killer so aus! Ey, der Killer war richtig... Ja, ich fand das voll geil! Der war richtig gut, der Killer! Wieso spawne ich erst in 25 Sekunden? Ich bin Medic! Ich kann das jetzt... Ach, spawnt der Bösewicht später? Ja! Oh, nämlich der Bösewicht! Fuck! Ich will nicht dem... Eigentlich ist das... Keiner will das sein! Keiner will der Bösewicht sein! Ich würd das sein wollen! You found a crafting kit! Aber was macht man damit? Okay, Sef, wie funktioniert die Steuerung? Oh, ich hab einen Molly gefunden! Ja, das musst du halt selber rausfinden! Der Strangler ist der gute, ne? Ja, alle sind gut wahrscheinlich! Okay! Du musst wahrscheinlich nur wissen, wie du was machst! Steckt er sich am Anfang ne Schere hinten rein? Wenn man spawns? Der steckt sich ne Schere hinten rein und lacht dann! Der Bösewicht! Ich hab keine Taschen noch! Ach, hier oben ist das Fuel! Ich weiß jetzt endlich wo das ist! Weil der Killer sieht das! Wir sehen das auch! Ja, wir sehen das auch! Ach, wir sehen das auch! Ach so! Ich wusste das auch noch! Hallo! 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 Oh, die schreien alle! Oh, die schreien alle! Können wir die kaputt machen? Ja! Wir können die das haben! Komm her, Boy! 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 Come on! Oh, oh, oh! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ihr habt euch gegenseitig getötet! Help! Brenn! Ich bin verbrannt! Bitte, hilf mir! Aber ich habe einen geholt, oder? Doch, wie ich einfach jetzt hier hocke! Die Cuphole, Killer! Run! Run! Es ist wirklich nice gegen eins! Würden wir machen? Komm her! Komm her! Find the roof! Find the roof, guys! Stay shut! Oh, what? Du warst nicht chancenlos, ist das Ding, ne? Oh mein Gott! Du warst nicht chancenlos! Ja, ich habe die Hälfte von daneben abgezogen! Ich bin Maddie, warte! Es ist ein Noob, ey! Hi, Boy! Okay, komm nicht hinterher, Maxi! Ich kann nicht! Warum nicht? Äh, weil das zugegangen ist! Hi, Boy! Nicht der, nicht der Große! Kommt mal mit! Hi, Boy! Ja, Maxi war jetzt auch alleine, also, sorry! Ah, R musst du drücken! Mit R macht deinen Ansturm! Ah, R! Oh shit! Oh mein Gott! Ich kriege ihn halt nicht! Mal zu langsam! Okay! Ich hör was! Oh, da ist der Dicke! Okay! Bist du bereit zu kämpfen? Wohin rennst du? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Okay! Ja! Let's go! Oh! Giant again! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Es gibt keine Chance, dass ich ihn holen kann! Der Ansturm ist geil! Komm her! Eins gegen eins! Komm her, Mädchen! Komm runter! Ich mach's kaputt! Ja! Sicher! Sicher! Komm mit! Komm mit! Ich seh mir noch! Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich bin tot! Komm her! Nerd! Danke! Danke! Dankeschön! Ich schreie einfach! Ach come on! Hab ich den auseinandergerissen in der Luft oder? What? Clap! Ja! Ich glaub man kann auch, wenn man jemanden packt, kann man den auf andere werfen. Das ist glaube ich die Chance, wie man mit den fetten eine Chance hat. Aber sonst... Komm, wer endet das? Ist egal! Warum hast du eine Falle... Ja, wie hast du die Falle nach hier oben bekommen? Hallo! Ey, perfekte Position! Ganz dünner Gang! Und trotzdem krieg ich euch beide nicht kaputt! Kann nicht sein! Kann doch nicht sein! No! Kann doch nicht sein! Lebe noch! Komm, 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 komm! Ich falle runter! Ich kann nicht... Schlag den nur noch mal! Fucky! Hallo! Oh, ist das dumm! Komm schon! Komm! Es ist superschwer als Monster! Superschwer! Aber du hast drei bekommen! Ich will gar nicht, dass du da oben warst! Ja, ich bin ja gespawnt! War einfach lucky! Ey, aber es war so ein ganz enger Gang! Ihr habt mich ja fast nur geholt! Ich hatte auch sau den Vorteil mit der Axt und alles! Und ich hätte euch doch alle kaputt slashen müssen eigentlich! Ja, es ist äh... Ein bisschen tricky! Ganz ehrlich! Also ich finde, die Survivor haben zu viel Leben! Also es kann nicht sein, dass du dreimal mit der Axt oder viermal auf ihn einschlagen musst, bis er umfällt und dann gerettet werden kann! Oder wenn der Vetter einen packt, dass er dann zweimal packen muss oder so! Das ist einfach noch nicht ganz perfekt balanciert! Oh mein Gott! Äh... Na, warum mich?! Wow! Der hat den einfach runtergeschmissen! Wow! Hallo, Chef! Ich bin runtergefallen! Ich habe ihn gestunt! Nee, kann ich nicht machen! Ich kann nur zugucken! Ich kann zugucken und ein bisschen tanken! Oh mein Gott! Ich lege mich jetzt auf dich drauf! Oh mein Gott! Ich habe nichts dagegen! Warte, warte! Ich komme von hinten! Nein! Nein! Verlasse mich nicht! Ich kann auch nicht mehr weg! Nein! 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 Das war ein ganzes Team in Stich! Let's make sure we get out! Ja! Sagt er! Sagt er alleine! Ja! 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 Ja!